hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanlöse für nun dienstag den 26 4 2022 und der böse gorilla sah zum montag dann gar nicht mehr so grimmig aus der macron hat gewonnen das hat sicherlich auch ein bisschen entspannung im markt genommen auch wenn man sagen muss dass man so ja gar nicht sieht also wenn man jetzt mal die argumentation nimmt die ja viele hatten dass diese drei oder zwei abverkaufstage durch die frankreichwahl getrieben waren weil man befürchtet hat dass le ponti war gewinnt und ja doch so heißen ist ja auch egal was finde ich meine dann hätte ja in dem fall eines wahlsieges von macron jetzt der markt wieder hier oben stehen müssen und durch das sind wir bei dem thema was man gestern hatten ist das letztendlich völlig und vollkommen egal was am markt passiert wir sehen eine kursveränderung zum vortag zum vorherigen handelstag um knappe 30 punkte und haben damit sogar noch weniger handlungs range oder handels range als die ganzen letzten wochen überhaupt hier immer mal wieder gab das war ziemlich ruhig gewesen weswegen ich einfach auch wieder nur mitnehmen kann als stempel für die nächsten wahlen scheißegal ich glaube so hat man es in der analyse für gestern ja auch festgehalten wir hatten darüber gesprochen abwärts clip und so weiter nicht dass das jetzt erstmal kein k.o kriterium wäre auch nicht nach oben zu kommen das wäre mir egal hatte ich gesagt wichtig sollte es sein wie sich der dax eben früh verhält wie er ja sag ich mal in der xetra stunde eröffnet und was er danach macht wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen was wir gesehen haben dann haben wir von 9 uhr von der xetra eröffnung weg 20 minuten action gesehen bis hoch an die 14 30 und an den ganzen den ganzen restlichen tag sind mit diesen 20 minuten hin und her gependelt ist ja so ne also das haben wir gesehen was können wir jetzt daraus mitnehmen wir sind bei abwärts clip reingekommen markt war schwächer hat aber diese schwäche über den tag die wir die vortage immer wieder gesehen haben nicht halten können also da kam auch keine anstoß verkäufe da ging es nicht drastisch nach unten aber es hat halt auch nicht so nach oben geknallt dass wir jetzt sagen können okay wir stehen jetzt schon wieder bei 14 600 die welt ist wieder in ordnung das ist schon immer noch eine angespannte situation auf jeden fall und ich sag mal wenn er sich zum dienstag direkt nach unten hat einschießt und hier früh sich schon zeitig unter eine 13 9 85 wirft dann ist der aufschlag sofort wieder in angriffsposition um dann ja auch durchzuschlagen haben durchzuschlagen bis in der 37 57 hier unten an das band dran das wäre durchaus realistisch wenn der sich hier jetzt wieder schwach fängt deswegen ist es unheimlich wichtig für den dax wieder hier oben den bereich da muss er drüber ja also so eine 300 14.300 14.360 wenn er sich darüber wieder etabliert dann kann man sagen okay haken dran abwärtsbewegung das ist neutralisiert das ist okay da ist jetzt erstmal die gefahr gewandt und es eröffnet sich viele chancen auf der oberseite stand jetzt kann man das aber noch nicht dann jetzt wäre es noch zu früh hier zu klatschen und zu sagen hey das ist ja alles schick und super toll weil wir haben stand jetzt ein tieferes tief im chart und zwar hier unter dem wir haben tieferes hochstehen das ist jetzt nicht keine keine ausgangslage wo man jetzt sagen muss hey kommt teuer frei raketen los jetzt ab jetzt steigt alles nur noch also das ist schon noch eine angespannte situation die definitiv im chart drin ist und es kann sein dass man die sache auch merkt dass kurs an erholung oder oder kurs anstiege dann halt doch auch schnell mal wieder weg verkauft werden wenn der markt einfach noch unsicher ist nach dem motto dann war es vielleicht nicht die frankreich war die uns hier so runtergetrieben hat dann war es vielleicht was anderes was dem markt noch im marken liegt muss ich da jetzt noch lang muss ich da jetzt noch kaufen hatte ich vielleicht dann doch noch einen monat oder vielleicht zwei weil dann kommt der sell in my end go away also wenn es zwingt dann schon die akteure hier ein bisschen zur zurückhaltung und wenn die zurückhaltend sind dann steigt es natürlich nicht oben raus mit schmacke sondern kippt er im zweifel noch mal nach unten weg und das wird jetzt das ist geht es wirklich nur um signale setzen signale setzen wichtige passion wieder einnehmen technische bereiche erobern in denen einfach auch andere händler dann sehen okay der markt ist wieder in ordnung ich kann hier wieder geld reingeben und ihn dann auch treiben also von den großen jungs die kommunizieren ja letztendlich auch unter dem chart ein großhändler in japan der kann sich nicht mit jedem großhändler in mexiko und in florida abstimmen das geht nicht die kennt sich untereinander nicht alle aber wenn ich im chart sehe mensch hier kaufen jetzt alle wie die doofen und wie verrückt und jetzt stehen wir schon wieder bei 14.400 dann weiß ich selbst wenn ich in japan shanghai in keine ahnung kuala lumpur und südafrika sitze dass da einfach gekauft wird auch ohne dass mir das irgend einer sagt das sehe ich im chart und da sehe ich aber nicht wenn nicht entsprechende signalkerzen kommen deswegen ist es wichtig jetzt noch dran zu bleiben für den dax am dienstag am besten nicht weg zu rutschen wenn der wegrutscht am dienstag hat nicht viel spielraum ja wenn der hier unter neun ich sag mal unter 9 85 unter 9 60 abtaucht dann kann es das schon gewesen sein na dass der dann echt dann bis 37 57 ihren kickdown kriegt und erstmals untere band rein läuft und dann auf den channel obendrauf steckt es wäre dann aber ein bisschen tiefer das wäre im bereich um 6 70 rum das ist man das ist noch nicht raus kippt aber nicht ab und kann sich jetzt hier halten über in der 14.000 über einer 13.985 dann hätte er jetzt erstmal noch chancen hier in die rückläufe reinzugehen das ist die 14.200 und das ist die 14.300 gleitende durchschnitt hier das sind jetzt die wichtigen bereiche von unten die auch verkäufer jetzt noch mal nutzen können um den markt nach unten zu prügeln ja also das sind das sind stellen an denen man auch mit einer long position gegeben falls vielleicht überlegen sollte ob man den teilverkauf macht wenn man eine gegenreaktion erstmal erwartet werden kann sowohl von der 200 als auch von der 14.300 also die wird ich oben noch sehen geht er drüber geht über 14.300 geht über 14.300 14.360 würde ich auch die schadlack wieder auf positiv kippen und sagen okay die schwäche ist jetzt erst mal wieder raus neue tief wurde nicht vom markt angenommen das neue tief wurde gekauft ist eine gewisse stabilität die dadurch erzeugt wird und der markt kann noch mal probieren hier am abwärtstrendbruch zu arbeiten aber das muss erst kommen das muss er jetzt noch machen er sollte wirklich vermeiden zum dienstag ab zu kippen es ist erst mal gut gefangen hat das gut gemacht er hat sich auch über diese 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 xetra öffnungsstunde drüber geschoben das hat man ja besprochen dass das eben wirklich wichtig ist ja egal ob das 10 uhr 11 uhr oder irgendwann im tagesverlauf noch kommt dass das ist wichtig oder aber drunter fällt und das das ist ihm nicht gelungen er ist den ganzen tag nicht unter dieses eröffnungsniveau vom xetra handel drunter gefallen und das kann man schon ein bisschen als ja als ein erster das ist die erholung hat begonnen punkt nicht vor boot oder nehmen die hat er schon begonnen jetzt wird wichtig wie weit kommt er und kann er eben auch wieder bullige bereich durch sprechen ja also hier widerstände auch durch sprechen das ist das ist jetzt ganz wichtig also ich würde den long handeln oberhalb von 14.000 in die 14 200 rein in die 14.300 rein ich würde aber auch unterhalb von 14.000 unter 13 69 im zweifel mich erst mal wieder auf die finger setzen den machen lassen oder shorts dann sogar suchen richtung 13 57 13 37 runter so würde ich rein gehen ja gut okay und wenn er hier oben raus ist dann können wir auch wieder ein bisschen optimistischer werden bisschen zuversichtlich ein bisschen größere ziele auspacken aber das muss er auch erst machen wird ja das da will ich jetzt nicht da will ich ihn nicht zu früh feiern weil das ist noch das ist noch nicht zu sicher hier sieht gut aus auch ein tag ist schaut sieht schön aus halt also da kann auch gut und gerne jetzt wieder eine grüne Katze kann auch bis 14 300 ziehen aber es muss eben auch kommen muss das ziehen er muss das wirklich ziehen das blatt jetzt ja ein drei asser auf der hand hast oder zwei dann muss sie auch spielen dann kannst du nicht wegwerfen wenn der erste den 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 einsatz erhöht hat das musst du dann auch spielen und das muss der dax jetzt hier machen das muss muss er machen punkt da beißt die maus keinen faden ab fertig also ich wünsche euch Spaß viel Erfolg gutes gelingen wir hören uns morgen wieder tschüss gelingen wir hören uns morgen wieder